Hey Leute, hier ist wieder euer Herbert mit einem neuen Video zu Super Mario Bros. Wanda. Wenn ihr das Spiel zu 100% abschließen wollt und in dem Level alle wundersamen Blütenmünzen und geheimen Ausgänge finden wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Nach dem Intro geht's los. Viel, viel Spaß. In diesem Video geht's um das Level Torpedo. Kugelwillis im Anflug. Schwierigkeitsgrad Stufe 3. Und hier bekommen wir wieder drei Blumenmünzen und zwei Wundersamen. Macht euch mit den Kugelwillis ein bisschen vertraut. Ihr werdet viel surfen auf denen und aktiviert immer die Blumen. Ihr seht hier, die erste Blumenmünze finden wir genau so. Kommt ihr dann an der Röhre an, winkt kurz danach die Speicherfahne, geht hier aber nochmal zurück oder vorher halt einfach nicht rein und geht ein Stück nach rechts. Ihr seht hier auch die Münzen. Über die Torpedo-Kugelwillis können wir hier die zweite Blumenmünze holen. Die Fallschirmmütze ist hier das perfekte Abzeichen. An dieser Stelle aktivieren wir wieder die Blume und surfen dann ganz einfach zur Blumenmünze Nummer 3. Kurz danach kommt dann auch schon die Wunderblume, springt hinein und startet den Wundertrip und surft bis zum Wundersamen. Der ganze Wundertrip ist eigentlich relativ einfach bis auf den Schluss. Da kann man vielleicht mal kurz klein werden. Im Endeffekt holt ihr euch dann zum Schluss den Wundersamen und seid auch schon am Ende des Levels angekommen. Auch hier nochmal wichtig, springt über die Torpedo-Kugelwillis, damit ihr oben an die Fahnenstange kommt und auch die goldene Fahne bekommt. Dafür kriegen wir natürlich den zweiten Wundersamen. Wie gesagt, Fallschirmmütze, perfektes Abzeichen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.